bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu salati wa tamu taslim ala nabi'ina mohammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma baad wir nennen heute Beispiele für den Ta'wil im letzten Dorf habe ich einige Ursachen erwähnt Ursachen für die Anwendung des Ta'wil warum er angewandt wird und ich sagte, dass eine der Ursachen einfach das Bestehen des al-Majaz in der Sprache ist al-Hakika wa al-Majaz das heißt Begriffe, die gewisse Erstbedeutungen haben das ist die Hakika, die Erstbedeutung und metaphorische, allegorische Bedeutungen das ist der Majaz das gibt es in der Sprache und deswegen besteht auch ein gewisses Potenzial für Umdeutung Beispiel für den Majaz im Koran ist die Aussage Allah Ta'alas ähm was al-Karja was al-Karja Frage die Al-Karja was heißt Karja? Dörfen oder Stadt Dorf oder Stadt in der modernen Sprache heute benutzt man das Wort Karja nur für Dörfer in der alten Sprache wird das Wort Karja für Städte benutzt deswegen nennt Allah Ta'ala Ta'if und Mekka Ta'if und Mekka werden im Koran als Karjataini bezeichnet Allah Ta'ala sagt hier Frage die Karja fragt das Dorf das Dorf ist ein Name für den für diese Erdfläche mit den Gebäuden darauf und das Land fragt man diese Dinge da fragt man die Bewohner man fragt die Bewohner das heißt eigentlich lautet das was al-Ahl al-Karja fragt die Bewohner des Dorfes das ist eine Form des Majaz ein Beispiel des Majaz der Majaz existiert im Koran es ist nicht so dass es nicht verfügbar ist im Koran bei der Mehrheit der Ahl al-Ilim existiert der Majaz im Koran der Majaz eigentlich gehört zu den Dingen die die Sprache verschönen etwas Ästhetisches in der Sprache etwas Schönes Ta'if einige der Majaz Wissenschaftler oder der Sprachwissenschaftler wie al-Jurjani er sagte sogar dass gewisse Ausdrücke wenn sie metaphorisch dargestellt werden viel schöner sind als wenn man sie in ihren Erstbedeutungen ausdrücken würde wenn ich zum Beispiel zu jemandem sagen würde du bist schön du bist schön das ist ein Satz das Wort schön ist ein Begriff der in seiner Erstbedeutung genutzt wird aber wenn ich zu ihm sagen würde ich will immer noch aussagen dass er schön ist aber ich sage zu ihm du bist wie das Licht des Mondes was versteht man darunter Schönheit aber was hört sich was hört sich vom Stil her ansprechender an dieses trockene du bist schön oder du bist wie das Licht des Mondes oder ein anderer Vergleich du bist mutig du bist kühn oder die Aussage du bist ein Löwe verschiedene Sachen das eine ist nicht wie das andere hinsichtlich des Stils oder der Schönheit im Ausdruck die Bedeutung ist aber die gleiche das heißt zu sagen im Koran gibt es kein Majaz das bedeutet dass du dem Koran seine Schönheit entziehst wir wollten einige weitere Beispiele anführen aus dem Viert habe ich gesagt um zu zeigen dass manchmal muss man von der vordergründigen Bedeutung zu hintergründigen gehen aufgrund Indizien ich hatte im letzten Dorf das Beispiel mit dem Kamelfleisch gegeben heute erwähnen ein bekanntes einen bekannten Fall in dem es einen Khilaf unter den Ahnaf den Hanafi auf einer Seite und den Jumhur auf der anderen Seite gibt und zwar die Aussage des Propheten zu Ghailan Ibn Salama Ghailan Ibn Salama hatte vor dem Islam zehn Ehefrauen gehabt zehn Ehefrauen das ist in der Scharia nicht gestattet und als er den Islam angenommen hat hat der Prophet zu ihm gesagt Amsik min hunna arba'an Amsik min hunna arba'an das heißt halte vier von ihnen halte vier von ihnen die restlichen sechs Frauen dieses Wort halte vier von ihnen was versteht ihr darunter die Ehe war gültig das heißt ich muss keine neue Ehe eingehen mit diesen vieren ich entscheide mich für vier sie bleiben weiterhin die Ehefrauen und die anderen sechs ihre Ehe löst sich auf beziehungsweise ich meine nicht mit der Scheidung mit der Auflösung nicht die Scheidung sie löst sich einfach gänzlich auf ohne weitere Folgen das ist die vordergründige Bedeutung die wir daraus verstehen wie ihr es jetzt auch verstanden habt das ist das erste was ihr in den Kopf schießt es gibt aber eine andere hintergründige Bedeutung die die Ahnaf nehmen hier die Ahnaf sagen bedeutet nicht behalte einfach vier das bedeutet heirate vier von ihnen heirate vier von ihnen warum warum sagen sie das sie sagen alle zehn Frauen sind ja hinsichtlich der ehemaligen Ehe gleich gewesen alle zehn Frauen waren ja seine Ehefrauen das heißt hinsichtlich der Ehe waren alle auf dem auf einen und dem gleichen Level eine von diesen zehn oder vier von diesen zehn zu bevorzugen ja macht keinen Sinn hinsichtlich der Ehe deswegen sagen sie vier Frauen behalten bedeutet vier von ihnen mit einem neuen Ehevertrag behalten mit einem neuen Ehevertrag behalten beziehungsweise einfach mit vier von ihnen einen neuen Ehevertrag eingehen die Jumhur aber die Mehrheit der Ahle die Hanawiler die Shafi'iyah die Malikiyah sagen das kann so nicht gemeint sein und sie unterstützen die vordergründige Bedeutung nochmal mit weiteren Indizien das ist ja auch möglich die vordergründige Bedeutung kann nochmal mit weiteren Indizien bekräftigt werden eine dieser Indizien ist dass sie sagen wenn es hier tatsächlich um eine neue Ehe ginge dann würde es nicht ausreichen dass der Mann sich für viel entscheidet warum kann man eine Ehe ohne die Zustimmung einer Frau ein fremder Mann weil das sind jetzt nicht mal seine Ehefrauen kann einfach zu der Frau sagen hier du bist jetzt meine Ehefrau wir heiraten und alles in Ordnung ohne Zustimmung der Frau oder ihres Vormundes geht nicht oder von daher sagen sie das deutet darauf hin dass dass hiermit nicht eine neue Ehe gemeint ist sonst wäre nämlich auch die Zustimmung dieser Frau notwendig gewesen ein anderer Grund ein anderes Indiz sie sagen die vordergründige Bedeutung wird auch damit gestärkt und gestützt dass wenn es sich um eine neue Ehe handeln sollte dann wird es nicht auf diese Zehen begrenzt dann hat der Prophet gesagt heirate die Ehe ist aufgelöst heirate was du willst aber nur vier Frauen aber er hat gesagt nimm vier von ihnen nimm vier von ihnen das deutet darauf hin dass hiermit tatsächlich einfach das behalten der Frauen gemeint ist das sind halt die Gegen Argumente der anderen Seite ich hatte im letzten Dorf auch erwähnt dass Befehlsformen eine vordergründige Bedeutung haben Befehlsformen to to dies lass dies selbst Verbote unterscheiden in der arabischen Sprache und im Usul zwischen Befehl und Verbot Befehlsformen haben sind diese Imperativsform Verbote beginnen mit dem Partikel la meistens kommt dem Sina nicht nach oder kommt dem Sina nicht nah auch Verbotsformen oder Ausdrücke des Verbotes haben eine vordergründige Bedeutung die vordergründige Bedeutung ist der Tahrim dass es verboten ist absolut verboten ist das heißt man versündigt sich wenn man nichts tut aber auch Verbotsformen können eine hintergründige Bedeutung einnehmen sondern also im Sinne der Empfehlung etwas nicht zu tun nicht im Sinne des Tahrim das etwas Haram ist oder im Sinne einfach der Karaha das etwas Makruh ist ich weiß nicht ob ich dieses Beispiel im letzten Dars schon erwähnt hatte mit den Datteln und den Rosinen Er saß in einer Sitzung mit ein paar Leuten und er sagte Naha Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Anit Tamri Was Zabib Naha Rasulullah Sallallahu 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 hat Datteln zusammen zusammen mit Rosinen verboten was heißt das also er hat sie zusammen verboten was bedeutet das zusammen essen er hat damit ist gemeint ihr wisst ja man hat Getränke vorbereitet indem man beispielsweise eine Flüssigkeit hatte Wasser und da hat man Tatteln reingelegt und hat sie für ein paar Tage oder Nacht oder so drin gelassen richtig so manche Dinge wenn man sie zusammen auf diese Art und Weise verarbeitet kann es schneller zur Alkoholisierung kommen es kann schneller dazu führen dass das Getränk berauschend wird und deswegen hat der Prophet verboten diese beiden Dinge zusammen so als Getränk vorzubereiten wenn ich das mache und dieses dieses zubereitete Getränk dann zu mir nehme bevor es bevor es alkoholhaltig geworden ist alkoholhaltig damit meine ich in einer Menge die berauschend ist weil ein geringer Anteil von Alkohol ist in vielen Lebensmitteln drin reife Bananen das Brot Hefeteig ja Früchtesäfte Fruchtsäfte sagen wir glaube ich alle haben einen geringen Anteil an natürlichen Alkohol der einfach entsteht aber der ist so gering dass er nicht berauscht wenn ich das machen würde hätte ich dann etwas begangen des Haram ist nein Ibn Umar hat diese Worte gesagt hier sehen wir das Wort das übersetzen wir meistens in der deutschen Sprache als verbieten und was euch der Prophet gibt das nehmt und was er euch verbietet dem enthaltet euch also einer der Anwesenden hat gefragt einen anderen was hat er eben gesagt was hat Ibn Umar gesagt und dann hat der der Mann der das gehört hat er hat den Satz etwas verändert ein Wort ausgetauscht nach seiner Auffassung ein Synonym er sagte Harama Rasulullah den Unterschied Ibn Umar sagt Naha Naha kann heißen kann heißen Harama also er hat es als Haram Handlung verboten kann aber auch heißen einfach so als Empfehlung wenn ich dir zum Beispiel sage das tu das nicht tu so und so nicht ich meine damit es ist besser für dich wenn du das nicht tust das kann auch das Wort Naha bedeuten die Person hat aber gesagt Harama Rasulullah der Prophet hat es als Haram bezeichnet dies zu tun dann sagte Ibn Umar der hat das gehört der sagte er sagte lügst du über den Propheten sagst du eine Lüge über ihn aus und sagte hast du nicht eben gesagt du hast doch eben gesagt Naha Rasulullah hast du das nicht eben gesagt da sagte er kannst du das bezeugen wenn es Haram ist und dann sagte einer der Überlieferer er sagt er er deutet daraufhin dass es unter den Verboten ich übersetze mal so Verboten des Propheten Dinge gibt die Adab sind zum Anstand gehören zu den Sitten gehören damit soll aber nicht ausgesagt werden dass es Haram ist und in der Realität gibt es das sehr oft deswegen aus diesem Punkt her haben die Fukaha die Rechtsgeladen der Mazahib eine Regel entwickelt eine Regel entwickelt die sagt Verbote und Befehle die sich auf Sitten und Anstand beziehen sind für den für den ist die Ihbab und die Karah also dass etwas erwünscht ist oder wenn es ein Verbot ist dass es unerwünscht ist also nicht verpflichtend und auch nicht Haram ich gebe euch mal Beispiele dafür und übrigens Leute die einen gewissen Hang zur Zahiriya haben zu diesem oberflächlichen Madhab die neigen dazu all diese Verbote und Befehle auch immer als Haram und Wajib zu behandeln es muss nicht immer sein dass der wirklich ein Zahiri ist aber ich meine man sieht das bei einigen zum Beispiel das Essen mit der rechten Hand ist offensichtlich dass es eine Sitte und Anstand ist verpflichtend nein das Aussprechen der Basmala vor dem Essen in Gefäße zu wie sagt man zu pusten in Gefäße zu pusten oder aus Gefäßen aus Flaschen zu trinken im Stehen zu essen im Stehen zu urinieren auf dem Bauch schlafen all diese Dinge sind Makro nicht Haram oder dass die Haare der Qasa dass man die Haare an Teilen des Kopfes rasiert und an Teilen bestehen lässt übrigens ist mit dem Qasa das Rasieren gemeint nicht das Kürzen der Stufenschnitt gehört nicht zum Qasa der Qasa den der Prophet verboten hat verboten im Sinne der Karaha bedeutet einen Teil des Kopfes künstlich zu rasieren und einen Teil davon zu lassen oder beispielsweise auch das Verbot die Kleidung zu krempeln im Gebet ein weiteres Beispiel für die Befehlsform mit der nicht der Wujub gemeint ist die Pflicht ist die Aussage Allah Ta'ala und ihr die Iman habt wenn ihr eine Geldschuld auf euch nehmt zu einer bestimmten Frist dann schreibt sie nieder ist das verpflichtend nein ist nicht verpflichtend bei allen vier Rechtsschulen es ist nicht verpflichtend dies zu tun ein anderes Beispiel ist die Aussage des Propheten über den Vorkauf oder Vorkaufsrecht habt ihr schon was von Vorkaufsrecht gehört das nennt man in der Arabischsprache Shufa das ist ein Kapitel aus dem in den Virkbüchern auch in Hadithbüchern gibt es immer ein Kapitel Barbu Shufa Vorkaufsrecht das bedeutet wenn zwei Leute beispielsweise gemeinsam ein Grundstück kaufen nehmen wir mal ein Grundstück weil das hier am besten aufgezeigt werden kann wir kaufen ein Grundstück die Hälfte gehört mir die Hälfte gehört dir offenes Land ich habe meinen Teil möchte ich verkaufen ich gebe es jetzt zum Verkauf frei Vorkaufsrecht bedeutet dass mein Partner sozusagen wenn dieser Boden mein Anteil verkauft werden soll dass er das allererste Recht hat das zu erwerben wenn ich jetzt für 50.000 Euro verkaufen möchte und da kommen Kunden zu ihm dann kann ich das anfechten mit dem Vorkaufsrecht das aussagt dass ich das allererste Recht habe dieses Grundstück zu kaufen das nennt man Vorkaufsrecht im Sahih wird an fünf Stellen Bukhari der Hadith beliefert indem der Prophet sagte der Jahr heißt eigentlich Nachbar das ist das was jemand arabisch versteht das ist das Wort Nachbar wird ihm als allererstes in den Kopf kommen der Nachbar hat das größte Anrecht auf das ihm nahelegende Gebiet Grundstück oder Haus was es auch immer ist was ist hier mit dem Jahr gemeint ist da wirklich der Grundstücks Nachbar gemeint Haus Nachbar wenn das der Fall wäre dann würde das bedeuten ich besitze ein Haus und in meiner Nachbarschaft rechts links vorne oder hinten ist noch ein Haus er möchte das verkaufen für einen gewissen Preis und er bietet das auch zum Verkauf an ich habe durch das Vorkaufsrecht das allererste Recht dieses Objekt zu erwerben das heißt wenn er es verkaufen sollte dann habe ich in gewissen Situationen ein Recht das anzufechten diesen Kauf und zu klagen dass der rückgängig gemacht wird und ich es von ihm abkaufe aber aber die Hanabiler sagen das ist hier nicht gemeint mit dem Jahr ist hier nicht der Grundstück Nachbar gemeint auch wenn das die vordergründige Bedeutung ist sie sagen mit dem Jahr ist hier der Teilhaber gemeint Teilhaber wie ich es am ersten Beispiel gezeigt habe wir kaufen etwas gemeinsam ein Objekt gemeinsam ein Grundstück ein Haus was auch immer ein Auto es bezieht sich nicht nur auf Grundstücke und so der Mitteilhaber sozusagen oder Anteilhaber mit dem Wort Jahr Nachbar ist der Anteilhaber gemeint warum sie sagen daraufhin deutet der Hadith von Jabir ibn Abdi Allah welcher auch in Sahiba liefert wird der sagt der Prophet hat zu seiner Rechtsprechung gehörte die Schufa Vorkaufsrecht solange keine Grenzen gezogen worden sind oder solange keine Teilung stattgefunden hat das deutet darauf hin dass es sich hier um Anteilhabe handelt nicht um ledigliche Nachbarn das sind einige Beispiele jetzt hierzu und dann hätten wir so ein bisschen abgeschlossen die zweite Sache ihr erinnert euch wir haben gesagt es gibt vier Dinge die im Umgang mit den Namen Eigenschaften gemieden werden müssen das erste war der Ta'wil die Uminterpretierung der Namen und Eigenschaften Allah Ta'al vielleicht noch eine Sache hinzufügen selbst wenn es passieren sollte ist nicht jeder Ta'wil auf gleicher Ebene zu betrachten selbst wenn es passieren sollte wenn es jemand macht in den Namen Eigenschaften Allah Ta'al ist es nicht immer auf gleicher Ebene zu behandeln das ist sehr sehr plausibel denn wenn jemand ein Ta'wil begeht in den Namen und Eigenschaften Allah Ta'al der rein sprachlich möglich wäre außerhalb des Kontextes ist das gleich wie jemand der ein Ta'wil begeht der sprachlich überhaupt nicht gestützt werden kann ist auf jeden Fall nicht gleich sicherlich nicht gleich das sind zwei verschiedene Paare Schuhpaare Ta'ib die zweite Sache die bei den Namen und Eigenschaften Allah Ta'al gemieden werden muss die nennen sie den Ta'til Ta'til Ta'wil Nummer zwei Ta'til was bedeutet Ta'til das Wort Ta'til bedeutet sprachlich etwas ausleeren sprachlich etwas ausleeren öde und und das wird in diesem Kontext auch im Koran verwendet Allah Ta'al sagt mit gemeint im Kontext der Aqida ist damit die Negierung der Bedeutungen der Namen und Eigenschaften Allah Ta'al gemeint das Ausleeren das Ausleeren dieser Begriffe von ihren Bedeutungen sodass sie nur noch wie so leere Schalen sind eine Schale in der der Kern nicht mehr da ist das bedeutet der Ta'til Rahim eine Frage an euch jetzt wir haben ja verstanden was der Ta'wil ist und jetzt haben wir auch verstanden was der Ta'til ist was ist der Unterschied zwischen beiden gibt es eine Beziehung zwischen beiden und Punkte wo sie unterschiedlich sind und Punkte wo sie aufeinander treffen was von beiden ist allgemeiner ich meine mit allgemeiner eines von diesen beiden umfasst und umschließt immer das andere mit wir haben jetzt den Tahrif Tahrif haben wir gesagt Uminterpretierung bei dem Ta'til passiert folgendes die den Bedeutungen wird ihre den Ausdrücken wird ihre Bedeutung entzogen sie wird von der Bedeutung ausgeleert wird aber nicht mit anderen belegt wird nicht mit anderen Bedeutung belegt beim Tahrif wird die Bedeutung erstmal die natürliche sprachliche Erstbedeutung wird entleert und sie wird mit neuen Bedeutungen belegt das heißt jeder Tahrif beinhaltet auch den Tahril aber nicht jeder Tahril beinhaltet den Tahrif es kann ja sein er sagt er sagt ich weiß nicht was diese wir wissen nicht was diese Eigenschaften bedeuten sie haben bei Allah gewisse Bedeutungen die kennen wir aber nicht aber er schweigt über ihre Bedeutung er schweigt gänzlich über die Bedeutung er belegt diese Begriffe nicht mit anderen vordergründigen Bedeutung das heißt nicht jeder der den Tahril begeht begeht auch den Tahrif aber jeder der Tahrif begeht der begeht den Tahril deswegen ist der Tahril der Tahrif allgemeiner ich fasse es zusammen kurz der Prophet sagte in dem Hadith er sagte den gewaltigsten Namen Allahs findet ihr in drei Sohren in drei Sohren das heißt dieser Name kommt nur in diesen drei Sohren vor keine andere wenn du die Sohren nach gehst oder die Verse des Korans nach gehst wirst du finden dass es der Name ist ist Hay Al Qayyum da kommt nämlich nur in dieser Form Al Hay Al Qayyum nur in drei authentisch sind ich hatte euch aber schon mal gesagt dass Ibn Al Qayyum andere der Auffassung sind dass es der Name Allah selbst ist der Name Allah Nau Machen 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 Schluß für heute und Akhir Dauwane An Alhamdulillah Ruh Alhamdulillah Vielen Dank.